Auf Reinhold Mennekes Beifahrersitz befindet sich ein außergewöhnliches Exponat. Dieses Prunkstück soll nach einem Vierteljahrhundert veräußert werden. Hoffentlich lassen ihn die Experten damit nicht hängen. Ach ja, an Herrn Menneke kann ich mich erinnern. Ich habe einen königlichen Kronleuchter mitgebracht und den habe ich seit 25 Jahren und da wollte ich mich jetzt von trennen. Also ich finde den Kronleuchter ganz besonders, weil er so filigran gearbeitet ist, so schön kann keine Rose wachsen. Schön gewachsen ist auch Reinholds Gesichtsschmuck. Reinhold, komm her, das müssen wir einfach mal zeigen, guck mal da rein. Ja, Reinhold, also diese Ähnlichkeit ist ja wirklich verblüffend. Nur dein Schnurrbart ist weitaus akkurater gemacht, aber dafür nicht so volumisch, stimmt's? Ja, aber dein ist angeklebt, der Mann, der ist echt. So geht's schon wieder los. Reinhold, lass uns darüber reden. Gut. Ich sehe schon, unser Albert kommt zurück. Guten Tag. Mit einem leichten, gewinnenden Lächeln um die Lippen. Könnte es direkt haben. Ja, so richtig wohl, ich denke, jetzt hat er was ganz Tolles. Reinhold, wo kommt dieses Schmuckstück her? Weil das hing ja mal nicht in einem gutbürgerlichen Haus, das war schon etwas Gehobeneres, oder? Also das kommt vom Schloss Biesterfeld in Lippe und das hat zuletzt gehangen in der Schnapsbrennerei. Das war also in der Wohnraum, Schloss Biesterfeld gibt's nicht mehr, Schnapsbrennerei brennt. Hat gebrannt, brannt richtig und da ist jetzt also ein Landwirt mit seinen Maschinen drin. Ja, und wie bist du an die Lampe drangekommen? Ich kannte den Eigentümer und der Eigentümer hatte auch einen Brandkapp und Gott sei Dank konnte ich ihm vorher dieses Schmuckstück abkaufen. Sag mal, wo du bist, brennt es, oder wo die Lampe ist? Ja, das ist gut. Das ist aber gefährlich. Haben wir eine vernünftige Feuerversicherung hier? Ich denke ja, ich denke ja. Nicht das hier irgendwann nachher, also das wäre ganz komisch, ne? Nee, nee. Hätte ich ein bisschen Panik vor. Wie lange hast du den und wo hing er? Wir haben Silberhochzeit. 25 Jahre. 25? Ja, 25 Jahre. Ich hab den damals gekauft, zu D-Mark-Zeiten und hab ihn jetzt gezügelt in die Schweiz und habe nur beschränkten Wohnraum und irgendwann muss man sich mal auch von Sachen trennen. Dann erzähl du doch mal weiter dazu. Also meiner Meinung nach ist das eine kleine thürmische Manufaktur, die das Porzellan gemacht hat. Ich kann es am Deko, an den Farben erkennen. Die kleinen Blümchen sind zwar handgemalt und der Zustand ist eigentlich noch relativ, relativ gut. Was für einen Jahrgang hat der ungefähr? Also, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wann ist das Schloss abgebrannt? Das Schloss? Das ist schon sehr, also weiß ich gar nicht. Uralt. Also der leuchtet? Ungefähr? Nein, nein, nein. 100 Jahre? Bestimmt. Bestimmt. Das Schloss. Das ist ja jetzt in der Schnappstrennerei, hat das ja gehangen. Aber das stammt angeblich aus dem Schloss. Ja, ja, ja. Das Schloss ist schon vor über 100 Jahren abgebrannt. Das ist schon weit über 100 Jahre abgebrannt. Dann kann es nicht aus dem Schloss stammen. Dann stammt es nicht aus dem Schloss. Also der Leuchter wurde meiner Meinung nach gemacht, da bin ich mir ziemlich sicher, um 1900, 1910. Das Ganze soll natürlich ein Prunkleuchter sein, ein großartiges Teil. Aber deswegen, mir ist das Teil hier ein bisschen zu klein in den Proportionen. Also wenn das im Adligen Haus wäre, wäre das noch bombastischer. Und wäre von anderen Materialien. Aber es ist sehr filigran gearbeitet. So schön kann es nicht wachsen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar filigran gearbeitet. Es hat ein paar Beschädigungen, das wissen Sie. Das haben wir ja alle in dem Alter. Ja. Die hier oben fehlen Messingteile, drei Stück, die sind mal abgebrochen. Ich meine, die Rosetten sind abgebrannt. Die könnte man natürlich wieder ohne große Probleme wieder anbringen. Meiner Meinung nach sind auch diese Milchglas-Umrandungen nicht original. Sie haben recht. Habe ich recht? Die sind nicht original. Ja, danke. Siehst du, aber du wolltest den erst mal testen. Na klar. Ja, du, also mein Alberg, du, also nimmst. Wenn mein Teil da schlecht redet, da muss ich schon gegenhalten. Nein, nein, ich rede überhaupt nicht schlecht. Ist gut. Ich stelle nur fest. Ist ja, dafür lehnt es schön. Nein, ist ja Fuchs. Gut, jetzt komme ich mal auf eine andere Frage. Du hast in 25 Jahren, was hast du vor 25 Jahren bezahlt? Also ich habe da 4.000 DM für bezahlt. Dann waren wir mal nicht wenig Geld. Nein, natürlich nicht. Das war richtig viereckig Geld. Wie viel möchtest du denn heute haben? 2.000. Euro? Ja. Also wieder die 4.000 DM. Ja, so. Mein liebster Alberg, mein Preis. Ja. Liegt zwischen 800 und 1.000 Euro. Ich meine, diese Lampenschirme, die kann man für kleines Geld nachkaufen. Die werden wieder nachgebaut. Ja, okay, dann ist es aber trotzdem nicht original. Verstehen Sie mich? Ja, okay. Ja, ja, es ist so. Also jetzt haben wir natürlich eine kleine Diskrepanz, ja? Also du hättest gerne 2.000 Euro. Er sagt, 800 bis 1.000 ist es tatsächlich wert. Ich vertraue ihm natürlich immer generell. Du möchtest verkaufen. Jetzt kennst du den offiziellen Schätzpreis. Was ist, wenn da drin ein Händler sagt, also ich finde das Ding eine Sensation. Also sensationell, 900. 900 würde ich ihn wieder mit nach Hause nehmen. 1.100? Dann wäre ich bereit, ja. Dann bin ich auch bereit. Du bist nämlich bereit, etwas zu tun, was ich gerne höre. Und dann wünsche ich dir, dass du ganz viel Glück hast und das Ding einfach verkaufst für 2,5. Das ist ja schön. Dann lade ich dich ein. Ja, ja, da bestehe ich aber nachher drauf. So, das Ding hängen wir nachher wieder rüber irgendwie. Okay. Es war mir ein großes Vergnügen. Mir auch raus. Und das 1. Mal, dass ich gedacht habe, ich moderiere in einen Spiegel. Unglaublich, ne? Unglaublich, ne? Du darfst dem Albert auch nochmal Danke sagen. Herzlichen Dank. Machst du hier schon mal rum? Okay. Wir besorgen die Härtigen da rein. Danke dir. Ich habe die Dollarnoten vor der Stirn. Ich würde mich freuen, wenn ich den Preis erziele, den ich mir vorgestellt habe. Ob er mit der Vorstellung von über 1.000 Euro auch bei den Händlern durchkommt, wird sich noch zeigen. Grüß Gott. Grüß Sie miteinander. Grüß Gott. Grüß Sie. Sind Sie aus der Schweiz? Ich wohne dort. Deswegen grüß Sie. Und wo stammt die Lampen her? Die stammt aus dem Schloss Bisterfeld. Das ist eine Adelige. Adelige? Ja. Die Geschichte stimmt doch nicht. Das können Sie nicht erzählen. Der Zustand ist einigermaßen okay. Es fehlen ein paar Blüten. Die hat der Rohr aus vorhin abgerissen. Die waren aber dran. Können wir mal wieder draufstecken. Die Glasschirme, sind die original? Nein, die sind nicht original. Sehen Sie, das habe ich gedacht. Die haben mich nämlich ganz stutzig gemacht. Die sind neu. Wissen Sie, wie alt die Lampe ist? Um die 1800, 80. 1880. Also ich habe so eine noch nicht gesehen in der Art. Muss ich ganz ehrlich sagen. Doch, ich schon. Wir hatten auch schon sowas mal hier auch in der Sendung. Aber dieses helle Pressglas zu den Porzellaren? Nein, da gebe ich Ihnen recht. Aber da gibt es auf dem Markt so viele, die man dann selber individuell nochmal ergänzen kann. Das ist eben... Am besten wäre, wenn es original wäre. Es ist ein tolles Ding. Jetzt kommt es auf den Preis drauf an. An Interesse scheint es nicht zu mangeln. Doch wer wird am besten verhandeln? Wenn sich keiner traut, sag ich mal, sag mal was. Jetzt wird es spannend. 200. Der Ring ist aber Teil von der Lampe oder was? Oder Miete, Frotag oder was? Nee, als Anfangsgeburt. Nein, als Anfangsgeburt. Ja. Gerne. Kein glücklicher Start. Tja. Würden Sie es denn hergeben für 200 Euro? Nein, das ist eine Beleidigung, finde ich. Nein. 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 Haben oder nicht haben Sie in 400 Euro. Weil Vogelhäuschen kostet ja schon mehr. Wo ist denn das Vogelhäuschen? Das hätten Sie vielleicht mitbringen sollen. Ja gut, ich meine, Abstriche muss man schon machen. Ja, natürlich. Weil die Schirme nicht so genau sind. Na, aber ich denke, du bist Händler, dann kannst du das doch noch ein bisschen auffünschen. Nein, 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 das kriegen Sie nie passend dazu. Also, wenn ich noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, wären die dran. Dann hättet ihr das nicht gesehen. Das wäre mir schon. Aber sie ist verkäuflich, Fabian. Ja, definitiv. Ja, aber sie darf nicht viel kosten. Deswegen ist der Preis von 200 Euro eigentlich auch ein faires Startgebot. Mehr ist nicht so wert, da braucht man nicht reden. Ja, aber die Rosen sind kaputt. Aber Walter, dann macht das doch nicht schlecht. Du kaufst es nicht in Ruhe. Nein, ich mach die nicht, ich sag ja gar nichts dazu. Ja, dann sag doch nichts. Doch, ich darf aber was sagen. Ja, du darfst das sagen. Aber sie sind kaputt, die Rosen. Ja, das sehen die doch. Ja, aber wenn meine Kunden kommen, die wollen eine perfekte Lampe. Ja, weißt du, du hast ja keine Kunden dafür, dann sag doch einfach ruhig. Nein, ich darf schon noch was sagen. Ja, das ist halt so. Das finde ich sehr interessant. Das hat auch nichts mit schlecht zu tun. Ich komme gar nicht bei dir in Lahn rein und sage, der hier nur Scheiße steht. Das hat auch nichts mit schlecht machen zu tun. Aber ich gebe dem Fabian recht, 200 Euro ist schon in Ordnung. Ja, ich bin da schon anderer Meinung mit 200 Euro. Um 200 kriegst du ja nicht einmal das Mittelstick, das Hand bemalt. Ich meine, man darf nicht alles schlecht drehen. Das ist eine schöne Lampen um 1900. Ich sage nur, mir steht jetzt nur das da unten. Genau, ich rechne jetzt 200 Euro für die Lampe. Dann drei Schirme pro Stück. Für einen guten Schirm bezahlt man 100 Euro. Sind 300 Euro, sind wir bei 500. Plus die Rosen machen lassen, kosten nochmal 200. Sind wir bei 700 Euro im Einkauf. Und dann muss man es verkaufen. So ist meine Rechnung. Dann bist du raus. Dann bin ich raus. Tja, wer ist dann überhaupt noch drin? Was haben Sie denn im Kopf für eine Zahl? Sind Tausende rum, 1200 Euro. Das wäre mit Rückschritt ein anderes Wort. Das wäre der normale Händlerpreis. Was haben denn die Experten bewertet? Die Experten? Die haben eine Preisvorstellung, haben die gesagt. Herr Menneke flunkert jetzt natürlich auch bei den Händlern. Ich habe nie gesagt, die Lampe ist von 880. Ich habe nie gesagt, die Lampe ist 1200 Euro wert. Aber bei der Preisvorstellung werden wir wahrscheinlich heute kein Geschäft machen. Würdest du dein Gebot noch erhöhen farbieren? Also um 100 Euro vielleicht noch. Nein, nein. 300? Ja. Nein, nein. Das ist alles. Schade. Danke, dass Sie da waren. Danke auch. Wenn ich Ihnen was gehe, biederschauen. Das war wohl ein Satz mit X. Zwischen Verkäufer und Händlern gibt es einen ganz normalen Ton, in dem man verkehrt. Und der ist natürlich höflich und der widerspiegelt unsere gute Kinderstube. Und ich denke, das sollte auch hier der Fall gewesen sein. War es nicht und deswegen ging die Sache schief. Ja, das ist halt, man kauft sich Arbeit. Der Mann hat da schon recht, bezahlt 1500 Euro. Mutwisch, das Ding ist Fritte. Was willst du denn da bezahlen? Das Ding ist abgesägt. Ja gut. Ja, da kann ich aber doch keine 1000 Euro für bezahlen, wenn das Ding ein Fritte ist. Ja, jetzt müssen wir aber auch mal Butter bei den Fischen tun. Wenn ich dann höre, das wird schlecht geredet. Das Ding ist schlecht. Na schlecht ist es nicht. Ja, das ist nicht schlecht. Hallo, können wir uns wieder ein bisschen beruhigen jetzt, jetzt ist es eh vorbei. Jawohl. Ja, jeder, jeder hat seine Meinung. So, nochmal, weihraun, der Freilich, wo soll ich es uns so? Ja, im Händlerraum ist es überhaupt nicht gut gelaufen. Ich glaube, die haben kein Geld dabei gehabt und darum haben sie so teilweise der Walter, den Kronleuchter, sehr schlecht geredet. Wenn das halbe gelumpe Fritte ist, es sind Stangen abgeflext, weil das Ding zu lang war und will dann hier in der Mitte 1500 Euro oder ein Tausender für so einen Sperrmüll haben, gibt es nicht. Das ist eine Antiquität. Alles richtig, aber das Ding ist fertig. Und dann hat es nichts mit Schlechtreden zu tun, es ist einfach nur die Wahrheit. Ganz einfach.